Ladies and Gentlemen Ich begrüße sie hier in der Terroristen Ecke Zum B-Rush B-Rush Mit 75 Kilo der Chris Ja ich bin aber nicht Mit 45 Kilo der Paul Oh Und mit einem Kampfgewicht von 150 Kilo Der Barrett Hallo Barrett Was ist Einmarschmusik? Dum 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 Oh erstmal mit umgeballert Das ist die Einmarschmusik Achja genau Phoenix Los deck mich ich plänte Zack geplätet Zwei Stück Ein Cutters Cutters ist einer Oh ich hab ihn angehittet Sondergeiz Alter Leute Er findet das Loch ohne Haare Cutters ist tot Cutters ist tot Aber er könnte noch mehr kommen Ist noch einer Cutters einer Cutters einer Leute Oh Leute Was jetzt da Oh Was Haben wir das echt noch verloren? Ja Wow Krass ne Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet Krasse Sache Krasse Sache Okay So Und nach dieser Aufwärmrunde Heißt es Let's get ready to come ball Alter wie machst du das? Was? Deine Stimme Hör dir das meine Aufnahme an Du hörst dich wirklich wie so ein Kumpel Hast du da einen Effekt drauf jetzt? Nein absolut gar nicht Wirklich nicht? Nein Mach das nochmal Mach das nochmal Ich mach das jetzt nicht nochmal Ich smoke einfach mal lang Den habe ich angehittet ohne Schaden zu nehmen ich lauf wieder weg Okay Habe ich gut gemacht oder? Wo ist der Kopf? Der war doch grad auf der Kopf Kommt Leute die nicht schafft aus Kommt übrigens einer ne? Habt den Der kassiert Ich muss mal nachladen Jungs Ich ne Ich ne Bin da ganz cool Ich bin da ganz cool Blenden Ich blende Ich blende Ich blende Nice Und dann musst du nachladen? Ja ich hab nachgeladen Ich hab äh Short 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 Ja chill 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 Fuck Chill doch mal deine Basis man Ich bin zu laut Fällt mir auf Na gut Entschuldigung Nachbarn Tut mir leid Easy Aber wie konnte ich denn den nicht haben ey Na wenigstens hab ich noch Assisti Ja gerne chill Ah Okay Äh B-Rush Nein nein A-Long 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 Ich will aber nicht A-Long Aber ich hab ne Awe Dann stell dich doch hier einfach in die Mitte Nee A-Long A-Long Flash von ganz hinten Alter wie geil ist das denn SSG Okay Mitte ist der Sniper Mitte ist der Sniper Also ich komm auch über lang jetzt Guck mal mit einer in Pit Ja ich geh in Pit Mosch Pit Auf dem Spot steht einer Ja Awe komm Hau weg Hab ihn doch Schönen Spür Ich Schönen Busch Was sind Ich hab noch drei Hau Hau was wie habe ich denn die nicht es ist der letzte eigentlich ich habe keinen dauerfeuer gemacht ich habe seiten geschossen wirklich schaust ja ich habe es mir angeschaut hallo es war wirklich sein erhältst du mich jetzt für scheiße ja ein bisschen ja okay ja ich will jetzt auf b konzern unterbissen wie der schreit hier konzentration da ist guck mal da darf ich auch nicht mal hier einmal kratzen oder so attacke los er hat die bombe ja dann plant doch mal das meine loch auf eine karte in karte steht das dann doch guck ich mal der war die füßen leute wie ohne scheiß noch da die bombe alter krass ich also war es klasse gemacht ich habe nicht ich bin sie im einzelnen wo ich nur so gesagt ja mit der adp spiel ich auch sie meint ob das ist so dass uns gehen meine brüder hand in hand ross johann kassiert ich habe noch zehn hp kommt rein ab in der färg achtung für euch vielleicht vielleicht gewandt das war eure das war deine sport ja der ist mir jemand voll in den schuss gelaufen wer denn ich weiß nicht nee ich glaube ich habe hier ich habe hier reloading habe ich getroffen der ist mir von mir ne 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 oh leute ich bin geblendet ich bin geblendet ich muss weg ok oh leute ihr blockt euch alle hier was ist denn das deck mich kurz deck mich kurz man ich habe lang gelegt auch wenn sie gucken werden super kurz ist einer oben kurz andere ach dann nimm einfach das ach komm weißt du was hier nimm das auch nur blendest die ganze zeit die eigenen leute ne auch nicht ok ich gehe wieder zurück ist mir zu heiß hier oh da war er die ganze zeit ist aber auch tschuki ne ok ich bin pitt André stirbt NIEMALS siehst du ich bin nicht gestorben ja ich habe dem mit der Aave einen hit gegeben was ist das denn für ein Loppen ja durch die wand glaube ich die war das der Schuss ja aber trotzdem richtig dreckiger Wunsch das ist Zang A Short oder? oder Aspid ich bin nicht so der A-Freak aber wir haben drei A-Wirs warum auch immer geiler Wurf wer war das? der Intel Core Intel Core war der Hammer Intel Core i9 ja ja was natürlich Paul ich dachte du denkst nicht ne oh leute ihr blockt echt dann gehe ich über lang nice was dann Mitte steht noch einer gesmogt gesmogt bitte gesmogt besser neben mir Intel Core Bombes wir sind noch verloggen ne nur zur Info No Short alles clear alles clear alles clear da war aber grad noch einer wo ist der hin? der ist doch so durch aufgeist so so laukowin ähhh was kauf ich mir denn mal obwohl ich hab ja alles hört mir grad so auf was machen wir? B wir stehen perfekt für B ja stimmt Boah, ich bin so sauer, Alter. Die Gegner müssten eine Echo haben. Achtung, pass auf, links kann einer stehen. Nice. Guck, Loch. Ich pläte. Hier war gerade keiner. Nice. CT ist noch einer. Down. Okay, letzter. Kommt wahrscheinlich auch von CT. Ja, von CT. Nice. Down. Down! Läuft gerade ganz gut. Ich habe eine Aave, falls ich mal brauche, aber ich will sie nicht haben. Wir haben immer noch. Jetzt haben wir vier Aaves. Ich habe sie weggeworfen. Wir haben drei. Ja, ich würde wieder sagen, eh, nahm. Die nehmen die einfach mit, komm. Geile Scheiße. Komm, wir nehmen die mit. Komm, AWP, komm. Komm, AWP. Los, AWP, laden. Die haben Mitte gesmoked. Nice. Die ist in der Ecke. Ich gebe ein Short rein. Fick dich, Dumme. Fick dich. Fick deine Mutter. Nein, hat mich. Wie dumm von mir. Du musst echt nachladen. Ecke, gib mir eben Sprung herzuholz. Das ist nicht dein Ernst, Alter. André, zieh mal durch jetzt. Einer ist Pit. Ja. Der hat mir eben Sprung herzuholz gegeben. Achtung, der hat eine Aave. Der ist... Komm, wenigstens den, wenigstens den. Komm, komm, komm. Ja, ja. Okay. Oh, schade. Versuchst du Englisch zu lernen, oder was? Nein. Nice try. Alter. Bitte? Meine Kugeln ficken jetzt deinen Arsch. Deinen Arsch, doch du Spaß. Okay. Okay. Wenn du das magst, dann... So, als wenn du die Seife... Geh wir alleine auf B, einfach mal? Sparsamer Mensch. Okay, runter. Hier, hier, über Mitte. Komm. Lockert es. Nicht geh vor. Warum war ich denn plötzlich so münd? Oh Gott, war das blind von mir. Ich hab richtig lang gebraucht. Muss nachladen. Okay, go. Guck einer, guck, wo ist der CT? Hab ihn. Nee, CT war keiner. Also bis eben. Ich geh auf B. B ist bestimmt noch einer, irgendwie. B ist bis jetzt frei. B ist frei. Pläten. Oder? Jetzt ist B frei. Ah, okay, den hab ich da nicht gesehen. Ich check Cutters. Ja, ist alles so weit sauber. Okay. So. Ich geh da mal. Warte, ich will auch. Ja, letzter Alon. Wenn, dann kommt irgendwas. Guck, guck. Ey, da wollte ich lang gehen. Ich hoffe, du hörst, wenn ich defuse. Naja. Ne, ich bin weg. Achso, ja, wir auch. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Oh yeah, wieder bester Spieler. Wie du nur auf so eine Scheiße achtest, Alter. Das ist ein Teamspiel. Ja, ja, ist mir egal. Okay. Ich muss aufstehen. Ich muss jetzt mal wieder gewinnen. Naja. Ich hab zwei Spiele jetzt hintereinander verloren, obwohl ich bester Spieler war. Opfer. Ach, ist richtig schlimm. Ich hab gehört, der Rang geht eh ganz, ganz viel darüber, wie lang, wie oft man spielt. Äh. Doch auch. Ich hab auch an, wie oft man gewinnt und wie gut man dann halt in den Runden gespielt. Ja, und wie da oft man spielt. Und da hast du, da hab ich ja gar keine Chance mehr. Das ist richtig gemein. Also, ich geh wieder. Mitte ist gesmoked. Ich geh über Short. Lauf, 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 Antrin. Lauf, nicht den Köln. Oh. Hast du ne Mako? Da hat mich ein bisschen erschreckt, ey. Unten? Ja, der hat mir ganz schnell verpasst. Ah. Kommt, Leute. Paul, kannst du, kannst du garantieren, dass ich sicher bin? Oh, schnell, bommelding, 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 bommelding. Ich kann auch ziemlich sicher garantieren, dass du sicher bist. Yes. Yes. Extra Kohle. Und Punkte. Und Punkte. Ich bin so ein geiler Typ. B. Ja, sieht er noch aus. Wenn sie nicht smoken, auf jeden Fall. Ja, wenn sie smoken, gehen wir runter. We must move. Go, ähm, lower cutters und dann go, ey, schade. Die sind ja nicht dumm, Paul. Ja, trotzdem. Immer ansagen. Also hoffe ich. Ich reg das immer auf, wenn die Leute mir was nicht ansagen. Da war einer links. Hast du ein Visier? Ich, ach no, ich renne durch. Ne, okay, doch nicht. Echt? Gehört. Gehört. Okay, wieder zurück. Da hat er halt immer noch steht, ne? Kleines Opfer, alter. Mann, stirbt doch mal. Ich hab' schon gesagt, es wird drauf gewesen. Was? Der ist unfassbar, ne? Wie der sich bewegt. Das regt mich richtig ab. Vorsicht, Paul, da steht einer. Irgendwo rechts oder links. Rechts, rechts steht er. Der schießt den doch mal. Danke. Lol, ich hab den nicht gesehen. Ich dachte, was macht ihr denn da? Ich dachte, ihr wollt spielen mit dem, oder? Hab deine Bombe vielleicht zum Plänen? André, du hast die Bombe. Oh. Wo ist der? Hast du's gesehen? Äh, ja, Mitte. Hab ich gesehen. Das war wie das selbe wie vorhin, ja. Das war das selbe wie... Was ist doch nicht wahr, Alter. Leute, ich hab' schon zwei geholt. Ja, und dann hol doch einfach mal drei. Wo ist dann scheiß auf dem? Weiß ich nicht. Mein inneres Ich hat gesagt, nee, hol nicht noch einen. Einmal mit Profis. Ja, einmal mit Profis. So, pass mal auf, weißt du was? Ich renne da jetzt rein. Ja, aber nicht, dass du dich dann aufregst. Wir rennen sie den einfach so richtig den Arsch. Was hat der gesagt? Ach, irgendwie, da kann einer, ja. Ich bin gesmoked. Ich blänte, bitte decken. Fangt auch nicht. Jetzt kann ich wieder. Nice. Pass deine Karte ist auf. Ja, ich hab' ihn zu spät gesehen, der ist, äh, CT-Spawn. CT-Spawn ist einer. Oh, wie dumm. Ich hätte auch einfach warten können. Komm, schieß den doch mal. Was machst du denn? Och, Elias, Zander, Alter. Bist du aber auch ein Depp, ey. Hab' ich. Das reicht. Wie das reicht. Passt auf den Perch auf, Alter. Der Perch ist nicht schlecht. Wo ist die Bombe direkt? Wobei, die ist ja besser sogar. Ja, vorne, ja. Vorsicht, André. Schaffen die das, das schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Ja, die laufen. Boom, tot. Nice. Good job. Gut, gut, gut. Wir haben hierhin, Alter. Wie ich das schon wieder hasse, Alter. Ich komm' um die Ecke und werd' von dem anderen gekillt. Ah, ich benutze sie doch eh nicht, oder? Komm, die hol' ich mir. Zack. Was machen wir? A und was? B. Ja, ich würd' sagen, A long. Weil wir zwei A und B haben. Ja, dann machen wir bei A split, würd' ich sagen. Ja, der unverkommst. Warum auch immer ich keine Smoke habe. Ich hab' auch keine Smoke. Ich hab extra. Vor allem, ich hab' mir diese Runde gerade gedacht, die Smoke benutze ich eh nie. Und jetzt hab' ich's mir nicht gekauft. Kann sein, dass einer Pet steht. Ich bin short, ich bin short. Ja, ich geh' auch short. Perch is down. Da ist noch einer auf dem Spot. Der konnte mich durch den Smoke doch gar nicht sehen. Echt? Ja. Ich muss leise sein. Ich muss definitiv leise sein. Okay. Alter, wie ich da bin ich... Oh, Paul! Einen hat sie eh nicht. Oh, hier reicht's jetzt. So, du frittst mal eine Granate. Leute, erschießt ihn doch mal. Bitte. Danke. Ich hab' noch einen Appell. 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 Ach, du Scheiße. Kommen, ich hab' noch einen Appell. Ach, du Scheiße. Ich hab' noch einen Appell. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich hab' noch einen Appell. Warum kommt denn keiner mit hier? Ja, es sah schon lustig aus. Ich meine. Einer ist durch, Chris. Okay, ich komme zurück. Leider ist er wieder weg. Geh da nicht rein, geh da nicht rein. Low Cut, das ist einer down. Hast du ihn? Low Cut, das ist aber nur. Okay, rein, komm, go. Okay. Oh, 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 jetzt ist er. Und jetzt ist er tot. Du darfst nicht so vor mir langrennen, Paul, wenn ich da hinter dir stehe. Ich stand hinter dir, ach so, und das was du. Nee, ich stand hinter dir. Plätte, Plätte. Euer teammate ist im Pit und beschäftigt sich gerade, hat gerade ein Gegner. Plätte vorne bitte, Paul. Okay. Ich hab was gehört, aber das kann ich nicht gut ausgehen. Okay. Okay. Sag mal, Chris. Ja. Kennst du eigentlich die Shift-Taste? Weißt du, was die macht? Ja, aber doch nicht da. Hä? Warum nicht, hallo? Gerade da. Also ich kenne die Shift-Taste, ich weiß auch, was die macht. Ja, was denn? Äh, leise. Schleichen. Leise macht die? Ja, leise macht die. Okay, sieht noch ein B-Rush aus. Ja. Okay, aber wirklich rushen, Jungs. André, dropp vorher die Bombe, nicht, dass du tot umfällst. Dann kann ich mit der Awe hinterher kommen und droppen. Sehr freundlich. Eben ist einer gerusht, Achtung. Ist da ein C-Objective? Ich kenne C-Objective. Ist das sein Scheiß Ernst, Alter? Bin ich denn komplett blind? Er hat uns beiden einen Headshot gedrückt. Ich, also ganz ehrlich, ey. Okay, wie viel will ich dann da noch reinprügeln und vorbeischießen? Richtig behindert. Aber Siggi! Der ist doch noch Deutscher. Da war er doch, du Affe! Ja, schieß einfach mal vorher. Unfassbar, ne? Ja, dieser Intel Core I9, ne? Doch, hast du doch. Ah, jetzt gewinnt er die Runde auch noch, ey. Och, Siggi. Ähm, ich bin Silber 4. Alles klar. Oh, tschüss. My heart is like a jungle drum. War ungefähr der richtige Rhythmus, oder? Ja. Voll im Arsch. Ich meine, ich bin B. Ich bin B, ich bin B. Ich bin B. Ey. Paul, geh weg. Du bist nicht B. Paul, geh nochmal mit. Ich bin B. Kann mich an den hier hochboosten, bitte? Ja, mache ich. Ich kann den Arsch schießen, wenn du möchtest. Schneller, los. Ja, du bist ein B-Ross. Mitte ist einer, Mitte ist einer. Zum Glück bin ich nur... Als ob der mir einfach einen Headshot verpasst. Bombe, speed down, Kiraus. Jetzt will ich nochmal. Okay, ich habe mich getroffen. Letzte Mal, äh, zieht ihn. Genau, Alter. Ich schieße auf Bauchhöhe und treffe ihn im Kopf. So. Ich habe eine Ködergranate. Das ist alles fürs Zähl. Okay, ich hole mir auch eine. Jam, jam. Kann man mit Ködergranatenfische angeln? Da, ich habe dich getroffen. Und ich nicht, ey. Alter, lässt du das mal, ey? Hast du eine Macke? Er schießt, glaube ich, mich. Oh, nein. Nein, der Markus cheatet doch, ey. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ich habe das gesehen. Was hat er denn an? Äh, hier. Seine Mutter hat er an. Ja, los. Ja. Den Siggi. Haha. Siggi. Der Siggi wurde gemessert. Ach, der Siggi. Hast du ihn wirklich gemeint? Ja, habe ich. Guck doch in die Aufnahme. Es war doch aufgenommen. Da hat er Siggi ein Loch in der Brust, ne? Nee. Richtig löschrig. Stimmt, zwei. Man nennt mich auch den Flitzer Schlitzer. Ey, ich glaube, die gehen gehen. Nee, war ein Spaß. Oh, good job, geil. Good job. G-Bails hat ein Mitmesser getötet. Ich kaufe mir mal den Champion Skit. Ich habe heute einen guten Tag. Okay. Ich flash mit und dann könnt ihr durchgehen zu B. Das finde ich, oh, ich liebe das. Oh, das sind die perfekten Leute. Ich habe noch gesagt, ich flash, dann kannst du auf dem B gehen. Was hast du für eine Waffe gehabt? Eine P90. Vor allem hast du nicht vorher gesagt, du hast einen guten Tag? Ja, deswegen. Ich habe mir auch einen Dings gekauft. Ja, einen Entschärfungskit. Das habe ich gehört. Ja. Ja. Das war doch nichts mit einem guten Tag. Ich mache Mitte. Bitte? Wie kommt man hier nochmal hoch hier? Gar nicht. Das ging nochmal. Nein. Ah. B? B? War einer. Noch einer. Ich glaube, da kommen Schüsse aus Katastris. Guck mal, bitte. Ja, ich guck mal. Hast du den gesehen? Der hat es. Das ist Siggi. Das ist ja lauend. Ja, man trifft dir auch mal. Ey. It's A. Endlich. Lol. Da war einer. Der ist weg. Hinlegen und rumrollen. Hinlegen und rumrollen. Da stand einer. Alter, wie er weggetasert wurde. Ist das mein Ernst? Das hat mir nicht gemacht. Ich platz heute noch. Ich platz gleich. Ey, Paul. Das war bestimmt ein schockierendes Erlebnis. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Wie geil ist das denn? Wie kleine Kinder so dumme Spiele feiern. Hast du gerade Paul ein kleines Kind genannt? Ja. Ich bin noch schon zwölf. Ich bin schon großvolfeier. Komm doch und spiel. Ich habe übrigens ein Ego gemacht. Ich lade dich ein. Ich bin... Siggi. Siggi ist tot. Siggi. Hast du eine Waffe? Ah, eine P90 hat er. Siggi. Da war er aber noch. Die Bombe ist in den Katas runtergefallen. Hast du das gehört? Es macht mir nichts. Es macht mir gar nichts. Ich sollte mich mal wieder konzentrieren eigentlich. Natürlich habe ich ihm nicht in den Kopf geschossen, wie ich eigentlich gedacht hatte. Weil ich habe gedacht, ich habe ihm in den Kopf geschossen. Ich habe ihn aber nur 27. So, Ego ist vorbei. Ich mache jetzt wieder hier, äh, Attacke. Wie wird, braucht ihr noch? Dann, wie wird, braucht ihr noch? Zwei. Das war meiner. Oh, ich bin geblendet. Oh, oh. Da waren zu viele. Zu viele. Einer steht links direkt hinter der Kiste und einer ist Lower Cutters. Hab ihn. Perfekt. Easy. Easy get wrecked. Get wrecked, Junge. Enddruck. Ich mache mal eine Eko. Oh, ne, ich nehme es Gauti dann. Alter, wie wir abgehen. Alter, habt ihr euch über den Barrels lustig gemacht? Ich habe den Siggi. Siggi ist tot. Ich habe dem Siggi drei Schüsse aus meinem Kopf gemacht und dann hat es Bumm gemacht. Geht ihr das Lied? Und dann hat es Bumm gemacht. Jetzt bin ich leider getötet worden mit meinem Kopf. Nein, wie dumm ist der denn? Der Thunder, ey. Der hat doch auch ein... Guck, die Wand. So, jetzt erzählt doch mal hier. Jeder war besser, Leute. Der Link. Der Link. Wir haben die Runde bestimmt nicht aufgenommen. Nicht. Guck dir mal diesen Siggi an. Was ist das für ein Lappen? Der Siggi? Sicher, Bob. Klar, deine Mama macht das auch immer. Also ich finde, ich habe hier gut unter Beweis gestellt, dass ich was drauf habe. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich finde die Runde ziemlich scheiße. So, Jungs, wir sehen uns. Schönen Tag noch. Tschüss. Sie hat gespielt. André, letztes Wort. Siggi hat mich angefragt. Tschüss. 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 Tschüss.